Hallo und herzlich willkommen beim zweiten Freundschaftsspiel-Testspiel von Borussia Dortmund hier in Marbella. Hinter mir Julian Brandt und Marius Wolff und Emre Can, das Geburtstagskind von gestern. Die Zwischenrunde gegen den türkischen Verein aus Trabzonspor. Das war richtig gut von Donny Mahlen. Einfach mal vorbeigegangen. Jetzt Süle. Oh, guter Schuss in der zehnten Minute. Ist frei. Gute Möglichkeit. Er hat sich Matzen ein bisschen austanzen lassen. Aber auch hier im Trainingslager. Vielleicht sind wir jetzt schon zu kurz. Zu kurz. Oh, gute Möglichkeit für Yusufa. Da muss er aber mit seinem rechten Fuß ran. Das ist eine zu viel Rücklage. Ja. Ötchan und Niko Schlotter weg. Oh, Fehler von Ötchan. Ah, da geht dann Amduni alleine auf. Greg Kobel zu und verzieht dann doch recht klar. Ja, zwei, drei Meter. Richtig gut von Donny Mahlen. Torganazay jetzt. Marco Reus. Und jetzt ist er im Tor. In der 39. Minute. Marco Reus. Abgefälscht. Und da ist der Ball im Tor. Und der zählt auch. Der zählt. Jetzt muss er immer wissen, wer es war. Ich glaube, Donny Mahlen hat er gestorbt. Nee, zählt wohl nicht. Zählt nicht. Zählt doch, zählt nicht. Zählt nicht, zählt doch. Weiter, wir schauen. Schuss von... ...im Verbund mit Jude. Jetzt verlassen sie sich gegenseitig. Das war nicht so gut. Schuss aufs Tor von der 9. Richtig guter Schuss von Amduni. Aber der geht am Tor vorbei. Beziehungsweise Greg war noch dran. Na, guter Angriff da. Von Basel. Immer tiefer hier bei uns ins Zelt rein. Jude wieder am ersten vorbei. Jetzt hat sie auch dich erwischt. Ja. Oh. Und das gibt Elfmeter. Jude an allen vorbei. Und jetzt ist... Wer ist der Sauer? Der Lopez. Lopez. Der kriegt jetzt auch noch die gelbe Karte. Also auch gestern noch geübt. Ja. 3-0. 3-0. 54. So. Letztes Halbzeit. Jetzt gibt es die interessanten Beiträge, die Stefan schon angekündigt hat. Zum einen gibt es... Ja, gut gemacht von Akale. Ja, sehr gut gemacht. Vogel. Wieder gegen Adeemi. Oh. Richtig gute Flanke. Von Vogel. Und da kommt... Tom Rote. Oh. Ha, ha, ha. Der ist aus der Kategorie... Den kann man auch mal machen. Ich singe jetzt nicht, aber ich stimme dir zu. Ja, das ist so. Bis auf die Chance von Jude Bellingham. Da müssen sich beide Mannschaften erst noch ein bisschen finden. Und dann ging es ja los im zweiten Viertel mit drei Toren für Tom Bohn. Muss wieder elf, Meter geht er. Und das ist ganz klare Sache. Da wird einfach Gio... Von den beiden. Und bitte lasst den Sebastian schießen. Bitte, Sebastian. Und jetzt ist... Die 81. Ja. Die 81. Minute. Das freut uns ganz besonders Sebastian Allaire. Von einer langen Leidenszeit zurück. Und jetzt auch mit seinem ersten Tor für den BVB. Ja, das ist der Kategorie. Kreck. Kommt sogar Krega. Ademi, jetzt hat er Zeit und Platz. Und jetzt muss der Ball kommen. Auf Julian Brandt, Pass in die Mitte. Und wer ist da? Sebastian Allaire. Mit seinem zweiten Treffer. 5 zu 0 für den BVB. Sehr schön. Da, wo ein Stürmer stehen muss. Da hat ein Mittelstürmer zu sehen. Aber auch gut gespielt. Ich schätze ich, es gereicht. Ich probiere es mal. Ich probiere das jetzt mal. Oh, Sebastian Allaire mit einem Head-Trick. Schmeckt gut. Wie Erdbeermilch. Hör auf jetzt. Du sollst nicht lügen. Das haben wir doch schon mal. Und wenn es, und vielleicht, wenn etwas Gutes dabei ist, schafft es das Ganze dann auch in die Sendung und wird von Mats Müller beantwortet. Oder von Niklas Süle oder eben Tom Rote. Je nachdem, wie er da fahren soll. Drei Jungs, die Spielminute beim Spielstand. Und 6 zu 0. Reus, Marlen, Bellingen. Allaire, Allaire, Allaire. Und die Ecke kommt von Julian Brandt. Tom springt hoch, aber köpft auch über das Tor. Leider. Klarheiten? Oder wird da noch mal? War das so? War das so besprochen? Wir können sagen, das Spiel ist...